Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Google Chrome den Hintergrund ändern kann und das egal, ob man ein eigenes Bild oder auch ein GIF verwenden möchte. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir Google Chrome öffnen und dann einen neuen Tab aufmachen. Hierfür hier oben links einfach mal auf dieses kleine Plus draufklicken, dann wird der Tab auch schon geöffnet und auf diese Seite können wir nämlich rechts unten jetzt so einen kleinen Stift erkennen, wo auch steht Chrome anpassen. Da klicke ich anschließend natürlich drauf und jetzt habe ich schon die Möglichkeit, dass ich einmal den Hintergrund ändere. Das sind schon ein paar vorgeschlagene Varianten. Ich könnte zum Beispiel bei Landschaften draufklicken und mir werden gleich ein paar schöne Bilder hier angezeigt oder aber wir machen es wie in meinem Fall, da gehe ich jetzt einfach nochmal zurück und ich möchte ja ein eigenes Bild hochladen. Deswegen einfach mal auf von Gerät hochladen draufklicken. Als nächstes öffnet sich auch schon automatisch der Explorer und hier habe ich mal im Download-Ordner schon ein Bild und auch ein GIF vorbereitet. Das Ganze habe ich einfach bei Google gefunden und auch heruntergeladen. Machen wir zuerst mal das Bild mit den Abmaßen 1920x1080 im JPEG-Format. Da klicke ich jetzt mal drauf, gehe auf Öffnen und dann sehen wir auch schon, das Ganze hat sich ordentlich geändert. Möchten wir jetzt das GIF nehmen, dann gehe ich nämlich wieder hier unten einmal auf diesen kleinen Stift drauf, Seite anpassen, anschließend wieder vom Gerät hochladen, kurz warten, auf die entsprechende Datei im GIF-Format, wieder auf Öffnen und wir sehen, das Ganze hat auch schon richtig funktioniert. Wenn du bei Google Chrome allgemein das Design ändern möchtest, also auch hier oben die Farbe zum Beispiel, dann müssen wir erst einmal wieder den Hintergrund auf Standard stellen. Hierfür wieder auf diesen kleinen Stift gehen, anschließend klassisches Chrome auswählen, fertig und jetzt können wir nämlich auch schon weitermachen. Hierfür einfach mal rechts oben auf diese drei kleinen Punkte klicken, anschließend gehen wir hier unten auf unsere Einstellungen, dann öffnen sich diese nämlich und wir können auf der linken Seite auch schon den Reiter Darstellung erkennen. Da klicke ich jetzt auch einmal noch drauf, dann hier drüben auf Design, jetzt öffnet sich nämlich auch schon unser Chrome Web Store. Hier werden uns sofort einige Designs vorgeschlagen, ich gehe jetzt mal einfach mal etwas runter, das ist natürlich Geschmackssache und wähle mal das Ganze hier unten Nighttime in New York City aus. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf, danach gehe ich hier oben noch auf hinzufügen, das Ganze wird noch kurz überprüft. Wir müssen einen kleinen Moment noch warten und jetzt sehen wir auch schon, es wurde hinzugefügt. Es dauert noch einen kurzen Moment und hier oben hat sich das Design auch schon verändert. Wenn ich jetzt noch einen neuen Tab aufmache, dann können wir sehen, dass wir jetzt auch schon hier den Hintergrund erfolgreich abgeändert haben. Möchtest du das Ganze nach einiger Zeit wieder zurücksetzen, dann müssen wir mal wieder zu unseren entsprechenden Einstellungen zurückgehen. Bei mir sind sie ja noch geöffnet, weswegen ich hier oben einfach mal auf die Einstellungen gehe und wir können jetzt nämlich hier bei Design schon sehen, was ausgewählt ist und auf der rechten Seite einfach mal noch auf Standardeinstellungen zurücksetzen klicken. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.